So, mein Name ist Olaf Wagner, ich bin Mocke-Friseur und ich melde mich heute vom Hide-Back-Rings. So, mein Name ist Olaf Wagner, ich habe das Gefühl, wir sind nicht so wichtig. So, Moment, nochmal von vorne, jetzt ein kleiner Blick ins Fahrerlager. Ohne Geräte, die sind alle mindestens 30 Jahre alt. Hier wird auch noch geschraubt. Ein cooles Gerät. Moin, dich kenn ich doch. Was hast du für eine schöne Maschine, mein Lieber? Schön, ne? Ja, ich habe gedacht, ich komme heute auch mal her. Wieso bist du nicht am Start? Was, mit einer Zünder ab? 50cc oder was? Guck dir die ganzen 50er an hier. Ja, da müsste ich mir eine für recht frisieren, dann würde ich es gleich machen. Hier, Helma, so ein Ding musst du dir mal zusammenbauen. Hehehe. Coole Geräte, ne? Ja. Alter, tausende. Nicht schlecht. Ja, ich habe 50. Ja, ich habe einen Zug ab. Dann kommst du von da, du hast den beiden Weg, hast du lange zu sehen? Ja. Wenn du dich aber ein bisschen krabbelst und aneinander hängst, kommst du noch nicht drauf. Dann kommst du noch nicht drauf. Und das ist ein kurzer Weg. Das ist eigentlich gut. Weißt du auch mal. Ja. Ich habe dir nicht die Schuld gesehen. Das ist meine Schuld. Das gibt es noch über mich. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die GTS 50, das war ich. Die GTS 50, wie schön! Ohne Herkule steht auch noch. Cool. Die GTS 24, auf dem Hyper-Inricht, gestern kommt die nächste Zeit. Peter, die hast du gerade verkauft oder was? Nein. Achso. Jetzt guck ich jetzt zurück. Ich geh die Post ab. Ich geh mal an den Norden. Ich habe mir noch das Gerät. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss ja so wirklich raus... Ich sabbel mal nicht so viel rein, genießt das Leute, guck dir die geile Maschine an hier. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, das war das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. So, das war es heute. 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 So, das war es heute.